Ja, jetzt habe ich diese Farbe, Skelett-Bone, also Skelett-Knochen, die Farbe habe ich jetzt einmal grundlegend das Häuschen auch schon angemahlen. Ihr könnt aber sehen, bei den Fenstern und so, hier noch nicht, da muss ich jetzt dann mit einem kleinen Pinsel das dann weitermachen. Grundlegend, am Anfang die großen Flächen, also grundlegend die großen Flächen, bemale ich dann so, dass ich da wirklich Farbe, jetzt habe ich jetzt nicht mehr so viel Farbe drauf da, und dass ich das wirklich anständig betupfe, so dass das auch in, zum Beispiel da, sogar in die Poren rein geht. Jetzt wird noch fein nachgemahlen, mit einem feinen kleinen Pinsel, 3er Nuller oder 4er Nuller. Ja, dann haben wir einmal die erste Grundfarbe, aber da kommen dann auch die Ziegeln, werden dann noch ein bisschen teilweise braun, teilweise rötlich, bemalen, aber auch ganz fein immer einzelne, und das wird dann viel Arbeit werden wieder, aber dafür schaut dann das Häuschen im Endeffekt dann schön aus. Aber ihr seht, das Häuschen von außen nimmt schöne Formen an. Ja, damit ihr jetzt seht, dass das mit einem 3er Pinsel in dem Fall wirklich geht, zeige ich euch das. Wie ihr seht, mal schauen, ob ich noch näher kommen. Und auch, oh, ich pass auf, dass ich nicht mit meinen Haaren alles verdecke, oder mit meinem Kopf. Also ihr seht, ihr könnt mit dem 3er Pinsel wirklich fein arbeiten, ohne dass ihr eben an Teilen ankommt, wo ihr eben diese Farbe nicht haben möchtet. Ihr könnt auch zum Beispiel, so wie da, wo ihr jetzt schon zwar grundlegend einmal ein bisschen gemahlen, aber eben der Pinseltyp ist so dünn, dass ihr da sogar, wenn ihr merkt, okay, da ist noch irgendwo Styrolur sichtbar, dieses Orange in dem Fall, dann könnt ihr das schön mit diesem Pinsel. Jetzt bin ich ein bisschen drüber gekommen, sollt ihr euch jetzt tun, dass ich das höher halte und mehr zur Kamera halte, weil ich das wirklich bei, ganz bei, bei mir habe, passiert das auch nicht. Also ihr könnt da wirklich dann ganz feine Striche ziehen und trotzdem auch eben aufpassen, dass da nichts passiert und drüber geht. Und so könnt ihr eben auch bis in die Ecken hinein eben das schön malen. Ohne, es tut mir leid der Lärm, wir machen meine Enkaren. So, das steht nicht so. Aber so kann man wirklich bis in die Ecken hinein schön alles in der Farbe bemalen, die man haben möchte ohne, dass man eben auf die, zum Beispiel in dem Fall, auf die graue Farbe, diese braune Farbe eben gemalt. Wir sind alles mit der Grundfarbe gemahlen, auch die Fenstertüren jetzt schon mit diesen hellen Steinen, sowie auch, das sieht man ganz schön da, zum Beispiel die Ecksteine. Ja, ist eine, wie soll ich sagen, eine ziemlich lange Arbeit, aber mir macht es Freude, mit diesem 3x0 Pinsel da wirklich eben jeden einzelnen Stein zu bemalen. Und ich finde, es schaut schon einmal super gut aus. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass ich ja auch diese Steine dann noch einen gewissen rot, hellbraun, dunkelbraun Anstrich gebe. Natürlich ganz oberflächlich, so dass das auch wirklich so dem Original wie möglich ähnlich schaut. Aber so jetzt einmal ein Zwischen-Update, wie es bis jetzt da ausschaut. Wie gesagt, teilweise da habe ich eben die Farben gemischt. Da habe ich eben diese 3 Farben gemischt, damit ihr das seht. Das ist Skelett-Knochen-Farbe mit der Farbe Mumy Robes, also Mumy irgendwas. Habe ich und ein Patzen Weiß dazu. Das kommt dann so in dieser Farbe dann heraus, mit dieser Helligkeit. Da seht ihr auch, wenn man das zu macht, dass sie sehr feucht, wie das schön die Farbe noch am nächsten Tag, sogar zwei Tage später kann man die Farbe noch verwenden. Wenn sie ein bisschen dickflüssiger ist, oder dicker wird, dann gebe ich dieses Gloss-Varnish dazu. Das ist eigentlich eine Effektfarbe, könnte man sagen. Da sieht man schön die Kugeln drinnen. Aber es macht das Ganze dann auch wieder flüssiger. Ja, taucht da mit dem Pinsel ein, dann wähle ich halt irgendeines von diesen Steinen aus und du gib da jetzt dieses Rostbraun da jetzt in dem Fall rauf. Jetzt habe ich natürlich in dem Fall ein bisschen viel. Das macht aber nichts, wenn dann da weniger wird, dann hole ich mir einfach da den Überschuss wieder runter und gebe den dann einfach auf eines der anderen Steine weiter. Und so bekommen diese Steine da, also da mache ich jetzt ein paar gleich durchgehend und verwendet. wieder einen kleinen her. Und ihr seht mit diesem 3x0 Pinsel ist das recht schöne Arbeit. Das dauert zwar ein bisschen, aber man kann wirklich Stein für Stein eben bemalen. Und ja, das machen wir jetzt mit der Farbe. einmal durch und dann gehen wir die nächste Farbe ein. Das Haus ist im Prinzip fertig. Außer, dass wir eben drinnen noch die Zwischendecke machen müssen, aber dann muss ich vorher eben die Elektrik reinmachen, das sind die Lichter. Und das kommt erst alles dann, wenn ich auch die anderen Häuser fertig habe, aber weil das ja in Reihe geschalten wird und damit ein Arduino eben gesteuert wird. Das war jetzt natürlich jede Menge Arbeit. Ich habe mit einem 3x0 Pinsel eben einzelne Ziegel sozusagen bemalen und zwar mit folgenden Farben. mit dieser 71077 Holzfarbe von Model Air. Dann auch mit der 71130 Oranger Rost von Model Air. Dann die, da ist jetzt keine Nummer dabei, WOL 74505 Modell Wasch. Auch Rostfarben. Und dann eben mit dieser Red Tone von der Air Army Painter. Eben das ist auch eine Washing Farbe. Das ist dieses Rötliche. Im Original, also das Bild, ich kann es euch nur nicht zeigen, weil es eben urheberrechtlich geschützt ist, hat das Haus auch wirklich eben diese Farben, die verschiedenen Ziegel haben eben verschiedene Farben, eben auch in diesen Farben, wie ich das da jetzt gemacht habe. Die Ränder, auch um die Fenstern und Türen und an den Ecken, das war eben mehr in hellen Stein, auch unten. Aber eben auch dieses Rötliche war eben auf diesem Bild eben zu sehen. Wie auch eben das eben, wie ihr schon gesehen habt, auch diese Ziegeln auch eben schon bewachsen oder mit Moos eben befallen sind. Eigentlich bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Es war viel Arbeit. Deswegen habe ich mir ja auch jetzt Modelle zum Zusammenbauen besorgt. Aber natürlich war das jetzt auch wirklich ein Erlebnis, dass ich es geschafft habe, das Gebäude da selber eigentlich wirklich sehr schön zu machen, weil ich zuerst eigentlich keine Steinhäuser gefunden habe. Damit ihr seht, wie das auf der Anlage dann ausschauen wird, und hier eben mein selbstgebautes Häuschen. Dann habe ich ja diese zwei Modelle gekauft. Die sind, glaube ich, von Hornby gewesen. Muss ich dann noch schreiben, schreibe es dann unterhalb oder schreibe es dann noch dazu. Wobei ich, also meine Frau sagt auch, dass das Selbstgemachte fast schöner ausschaut, als wie diese gekauften. Deswegen werde ich diese beiden Gebäude auch noch ein bisschen mit Washing und Weathering bearbeiten, damit sie vielleicht ein bisschen besser ausschauen. Aber mit meinem eigenen Haus bin ich sehr, sehr zufrieden und glücklich. Eine kleine Vorschau dann auch noch. Ich wollte ja eben diese drei, hier drei Steinhäuser machen und hier drei viktorianische Häuser machen. Nur gefällt mir das eben diese beiden Arten zusammen nicht so sehr. Deswegen werden die viktorianischen Häuser an diese Stelle kommen, also an der Klippe. Und hier werde ich noch selber drei Steinhäuser bauen. Habe mir dazu schon ein paar Fotos von Internet heruntergeladen. Und das heißt, was Steinhäuser, französischer bedeutet, wird es noch mehr Videos geben. Falls ihr Interesse habt, freue ich mich dann natürlich. Und ja, wie ihr seht, das ist eine kleine Vorschau. Ich werde jetzt dann noch ein paar natürlichen Details sehen, wie ich dieses Gebäude jetzt gebaut habe. Und wie ich dann auch noch insgesamt werden das vier viktorianische Häuser sein, die von der Bauart alle zwar gleich ausschauen. Aber dadurch, dass ich sie farblich ein bisschen anders mache und auch gewisse Dinge verändere, wird es dann so ausschauen, dass eben das wirklich vier verschiedene Häuser sind. Ja, diese Gebäude bekommt man von Woodlands Scenic zum Bauen. Ja, und das schreibe ich dann auch noch unten hin, von wo man sie bekommt. Aber soweit eben jetzt einmal das französische Steinhaus. Wenn es dann natürlich da alles begrünt wird und da kommt ja ein Steinweg herunter, der dann so rüber zur Steinbrücke geht, wird das alles noch viel viel besser aussehen. Danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich freue mich auf eure Kommentare und vielleicht lässt ihr auch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auch freuen. Und ja, wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich auch natürlich freuen, wenn du ihn abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ,